so hallöchen und herzlich willkommen zurück zu top of flop mit einem important disclaimer you are aware that what you intend to play is very early alpha ja das ist ja schon klar macht euch keinen druck die epische musik character creator so character creator das ist kein creator wenn man sich einen auswählen darf new adventure start einfach mal rein ja hier heißt das spiel hier ist gar nicht aufgepasst ich frage was spielen wir hier ist ja gut dass spiele darauf hinweisen dass es ein alpha ist teilweise teilweise kann man es kaum eine alpha nennen eine bruchstücke da sind das ist ja okay die demos sind ja dazu da um zu gucken was man davon hält bei zwei spielen zum beispiel die wir jetzt hatten habe ich gemerkt okay die idee dahinter schon mal cool vielleicht setzen es ja noch gut um und daraus wird noch ein top irgendwann vielleicht aber auch nicht die animation und get rich right help the scavengers and get rich you're all hard aren't you that must be their camp over there come on let's go into darkness character selection okay by clicking them in the 3d view to drag select your character by clicking on them in the 3d view naja anders tut es ja gut so leuchtet irgendwie die richtung hier bei die 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 v die fanglisch Was ist passiert? Jetzt können wir entscheiden. Wer von ihnen antwortet? Was ist passiert? Wir sind jetzt hier. Wir können zurück. Ja, wir sind jetzt da. Ich habe mich schon gefragt warum ich die ganze Kabel am Fuß habe, aber ich habe gerade so ein bisschen Chaos gestiftet. So, calm down, we'll help you. Oh. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, sie haben ihn zu essen. Ich weiß nicht, sie haben ihn zu leben. Also, sie wollten ihn frisch. Ors sind Ors. Ignorieren sie. Also, wir müssen einfach in und finden Hector. Ja, gut mit dem Glück. Warum ist er so angry? Er und Hector nicht genau zusammenkommen. Aber er ist eine unserer Crew. Und ich werde niemanden hinterlassen. Wir haben unsere Worten zu Ihren Liedern. Wir werden Hector zurückkommen. Der Typ. Der Typ. Der Typ. Der Typ. Seht nicht mit einem anderen Schrauben. Die Fußst learnt. Der Typ. Der Typ. Der Typ. Der Typ. management the strange before incoming come but each time gegenseine wiegen was jetzt macht euch mal locker hier achta, mach alles mit loot ist loot, loot ist gut using the camera click and hold your macht jetzt echt der kleine wenn man eine kamera benutzt schön wie die pokémon despawned weilth die equipment shortcuts ich werde diese Leute oder die Leute nutzen ja 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 kompliziert ist es dann doch nicht nur bett ist das spinnen spinnen round one tutorial camera control battle ist gut ich habe es nicht die von oben runter zu schießen mich charakter wechsel muss ich intern machen wenn ich mit ihr fertig bin oder na ok man muss also enthören mal das haben wir ein kass bei bort technisch gg dann geht er lieber mal zur seite so du bist ein krieger da du kannst grad nicht viel tun mein guter du kommst da oben nicht an ne und gucke mal marysee ist ja so ein bisschen naja beat of faith für das heulen so langweilig hier hauen wir drauf videos can strike with additional damage by spending a channel divine use sie ist die hielerin also heute zurück attack of opportunity mensch kommt er mir bekannt vor wenn ein gegner an einem vorbeiläuft und mal drauf hier am und verfehlt sehr gut wie in divinity so round two startet du bist wer du bist der archer da muss man aufpassen wenn man weg rufen will direkt aber steckt sich mal hin was haben wir denn schön das alles burning hands da ist so ein plus dran das habe ich noch gar nicht click to cast spell für higher level space okay akane geschossen werden ww alles klar durch umdrehen Das wäre doch cool. Nicht so aus, ne? Na dann. So, wir wollen natürlich auch mal hier die Priester sachen. Und sperren dann gleich mal den Weg ab, dass der hier nicht so leicht vorbeikommt. Unseren Arm-Bogi. Aber der ist jetzt eh dran. Äh. Victory! Taking a short rest. Short rests are a useful way to recover while exploring a dungeon. You can do so whenever you are far enough away from any enemy. Blah 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 blah. Downtown. Downtown, you know. Downtown. And then eating, drinking, reading, and tending to rounds. Short rest is a downtime period of one hour in which characters do nothing more than eating, drinking, and all klar. Gut. If the short rest character can spend hit dice to recover hit points. Give yourself one hit dice per level. Okay, wie reste ich jetzt? Pause. Oh ne, jetzt posiere ich das Spiel. Okay. Und wie rest? Speicher, das ist nicht toll. Aha, lol. Safe. Und tsch. Ähm. Wird der wie? Wurde eben aber auch nicht gesagt, wie es geht, ne? Mit resten. Wurde nur gesagt, wir können. Äh, egal. Wurde halt nicht. Weiter geht's. Die Orks sind hier. Sieht so, wie wir uns umgehen können. Auch ich? Äh, wahrscheinlich. Habt ihr Hector gesehen? Nicht ein Trace. Wir sollten attacken. Wir haben die Elemente als surprise. Aber was, wenn Hector's down there, too? Ich höre, dass einige Ork-tribes werden können. Nicht diese Orks. Jetzt haben wir die Quile der Vial. Activating the cautious mode makes you male, huh? But it grants you two benefits. You pay attention to hidden objects or traps you have since death. Und demie da, da. Wutton. Elfen wir mal. Shhh. Wutton. Und viele Orks. Ich brauche, das würde man nicht überleben. Nicht die Idee, zu weit vorzusneaken. Sorry, identify magic items. Wieso kommen die jetzt damit? Willst du das detect magic in der Hälfte? Ah, ist gar kein Problem. Hier aufmachen. Alles mitnehmen. Das war schlau. Nicht? Oh oh. Jetzt haben wir ein paar Orks gegen uns. Hallo Ork. Na? Ich stelle mich dir in den Weg. Das ist ein Knosser plus sechs to hit. Was ist das hier? Äh, nein. Oh, jetzt habe ich einen Zug übersprungen. Yep. Ich wollte nicht. Äh, Kasper. Fucking Gats. Es geht sehen zumindest schon mal cool aus, muss man sagen. Oder sie ist noch am Sneak. Okay. Okay. So, wir haben einen Buff. Superdates ordering alleys you can touch. Reduce your enemy's attack and saving throws for a while. Kommt mal hoch, Freunde. Ich campe euch hier oben. Weg mit dem. Oh, dem geht es nicht gut. Gefailt mit dem Skill. Nein. Mein eines Mate ist da hing. Das Spell. Oder warum das hier? Wer da hing? Hey auf, Kumpel. Wie? Wieso nicht? Ich habe eine Woche zu, die Orks. Ei, 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 ei. Der arme Junge. Kriege ich die ganze Zeit auf den Sack. So, ich brauche jetzt was mit richtig viel Damage hier. Ich sehe einfach nirgendwo, wie viel Damage das macht, ne? Range hit 24. Touch. Medi hit. Buff, buff, buff. Range. Und weg mit dem. So, Kumpel, kannst du wegkriechen? Kannst du nicht. Das Spell. Hä? Geht ja immer in dieses Menü. Wenn ich hier wirken will. Okay. Okay. Das muss man nicht verstehen. Oh, sehr gut. Und vier. Und vier. So, gut. Der Og muss weg. Der tut immer meinen armen Boy weh. Weg mit dir. Gut, gehtver. Alles. Was ist so Dank Hackney. - Gut, geht's dennig. ös. Gut, geht's. Gut, geht's? oh sie ist so ziemlich out of mana darf ich dann moven bitte victory gut mit der ork axt geil gut noch mehr für die ork äxte gut noch mehr für die ork äxte geil schon überladen so jetzt möchte ich gerne resten wie tue ich das ritual take magic jetzt getan party wartet für zehn minuten identify okay sie können sachen identifizieren mit gerne resten aber ich weiß nicht wie es geht irgendwo sein ihr nicht ihr nicht nur schleichen welche spiel pausieren hier sind quests menü sowas ja keine ahnung keine ahnung ist mir egal alles mit gleich muss ich aber auch einfach im inventar rationen nö kann ich nicht hat der fuck lagerfeuer können wir auch nicht um gathering your party um just need to get a certain area to continue find a way to bring all your party memoria er rammte einfach die große tür auf i don't like this we can climb down it's too dark too unstable too these blocks look like they could fall at any minute there's some kind of black oil dripping from the ceiling maybe we can use it to light up the place the copper proportion sind irgendwie falsch so lightning and light sources night family items like torches on hold of by interacting with them by holding a torch or by casting a flaming spell on them black cantrip firebolt not done we got on the pucker in the hand also reacting to hurtful fall cast spell nice and charaktere wären wären runter gefallen aber die magierin konnte leichten fall zaubern damit man nicht so viel schaden fing cool oder komm die boys mal rum nur kurz nicht zu machen aber so perfektionistisch müssen wir jetzt mal sein ja das ist kein problem ist jemand runter gefallen ja warum das denn zöne ne die hat aber nur wenig leib sie ist leicht belastet belastet okay drop 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 siehs mal wenn man alt drückt sieht man auch okay aber was man gedroppt hat ist weg ne doch nicht die steht nur drauf sie steht nur drauf geh mal weg bam ähm Ich habe mich jetzt gewundert, warum er nicht den anderen Weg geht, den die anderen offenbar schon mal gegangen sind. Tja, was mache ich mit dir, da liegt er jetzt rum. Bewusstlos, kann ich dich healen, so geht der immer ins Inventar. Leg den Equip-Item to apply this, was ist das real? Ach ne, ist leid. Lul. Tja, liegt er da jetzt? Nevermind. Quit-Game. So, ich möchte nichts von all dem tun, bitte. So, das war also Solata, so heißt das Spiel. Solata, Solata, Crone of the Magister. Natürlich, die Magister dürfen auch nicht fehlen. Wird schon auf Name. Da mache ich auch keine große Sache draus, ich setze einfach mal auf Top, einfach weil ich Hoffnung in den Titel setze. Sowas wie Divinity ist cool, macht echt Spaß, habe ich mit Merry gut gesuchtet. Ähm, joa, wenn es vielleicht ein bisschen weniger Palabra und ein bisschen mehr Gameplay, dann wäre das supi. Von daher, setze ich es einfach mal auf Top, so naiv wie ich bin. Äh, Top, 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 Top. Gehen wir mal auf die Shop-Seite. Und Tactical Adventures. Ähnliche Spiele, Final Fantasy X, ja klar. Das Spiel war genau wie Final Fantasy X. So, bring the authentic Tabletop Gaming Experience to your PC. Ach, das ist ein Tabletop-Spiel. Das weiß ich nicht. Tactical Adventures. Gut, die haben wirklich nur Solata. Was anderes haben sie nicht am Start. Ich mag das halt auch mit den Sequenzen, wenn rangezoomt wird. Das gab es ja bei Divinity gar nicht so, dieses 3D-ige. Aber wirklich immer nur von oben und endlos lange Dialoge. Wenn da mal ein bisschen, zumindest ist das Sprachausgabe dabei, das hatte Divinity nicht. Ein bisschen weniger Dialoge, ein bisschen mehr Gameplay und ich bin voll dabei bei dem Spiel. Dann setze ich es einfach mal auf die Wunschliste. Hat mich jetzt nicht so umgehauen wie andere Titel, so ist es nicht. Aber ich setze einfach ein bisschen Hoffnung rein. So, war es das auch mit dem Spiel. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder bei Top of Flop. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss. Ein Pein. Vielen Dank.